Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind hierbei stehen geblieben, dass wir hier versucht haben, den Zug zum Laufen zu bringen. Und ich habe die ganze Zeit die 9 gesucht und dann fiel mir ein Mensch in dem ersten Schrank, glaube ich, war es. Da war doch ein Knöpfchen. Den können wir... und da steht auch die 9. Yeah. So, das heißt, ich musste den erst... genau, erst nach links. Und dann nach rechts. Ja! Ich wollte ihn jetzt nicht nochmal auf Duck ansprechen, aber im Endeffekt, im Grunde genommen, müssen wir es tun. Ja, der hängt fest. Ah! Ja, das machen wir. Wir wissen ja jetzt auch, wo... Vielleicht klappt das jetzt, weil das Scharnier da reingegangen ist. Hätte ich beinahe gesagt. Oder was ist das? Der Penüppel da. Ich fange schon wieder an, meinen klassischen Frosch im Hals zu kriegen. Deswegen muss ich mich zwischendurch immer so ein bisschen räuspern. Ich hoffe, das stört nicht. Funktioniert es jetzt? Ja! Es hat funktioniert. Sehr schön. Aber ich glaube, da etwas sehr laut ist, werden wir nicht lange allein sein. Oh, hi. Okay. Ich, ich... Ah, okay. Charles, wenn du fernst. Lee. Hast du die Crew außerhalb? Ja. Und der Typ auf dem Cab? Er auch. Ich sah dich durch hier. Ich dachte, dass du schraubst aus dir. Was? Aber ich konnte mich nicht bemerken. Ja. Du bist immer noch ein bisschen freundlich. Die Train-Folgen machen das. Ich habe bereits alle anderen außerhalb. Sie alle warmten mich schnell schnell in der Sonne. Alle angefreundet? Der ist... Ja. Das... Oh, toll. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ein Mann hat meinen Liebe mit dem Weg. Das ist so. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich bin sehr glücklich, dass dein Junge nicht gut fühlt. Ich empfehle deine Frage. Ja, mit einem kleinen TLC... Ich bin sicher, dass er nicht so gut wird. In kein Zeitpunkt. Und ich kann euch allen was, was ich habe. Obwohl es nicht viel. Danke. Wir wollen das gleiche machen. Warum nicht auf die... Form. Stay with us. We'd like the company. Die nehmen wir mit. Komm, wir geben ihr mal Bitte Ich mache mir echt Sorgen Sorry, I do like being around y'all actually It's nice You caught us on a bad day You still got a couple of kids This one's got a good spirit Das hat sie That's some can of something I'll talk to you later Hope so Hey, sweet pea That candy Chuck gave you Taste okay? It was really good No funny aftertaste? No Train's cool, huh? I guess Scary kind of Können wir denn jetzt nicht losfahren? Oder Okay Ja Dann auf geht's Natürlich nimm wie ein Bild Oh god Oh god Wollen wir wetten Ich bin die Dumme Die Doug erschießen muss Oh, ich will nicht Ich bin die Dumme Oh god You gotta be hard on you, eh? Three adults, taking care of three kids No disrespect, son We'll be fine We've gone through just as much as anybody else This one's gonna grow up quick I already know I don't doubt it, son Lee I need you right now I need you to go get him Oh god Thank you Could you just get that off his face, please? He's out of time We need to stop this train Okay Okay I'm gonna go get Kenny Hold on tight, in case the train stops fast I'm gonna get this train stopped right quick Yeah I'm stopping the train Stay put Okay Okay Ich hoffe Ich hoffe, es passiert nichts Wir müssen Oh Gott, ist das traurig Besonders Wir sind jetzt die Dummen, die ihm das sagen müssen You need to stop the train Nein Nein, Kenny, es wird Nein Es wird Nein, Kenny, einmal ich kann nicht kein ähnliches Ich kann nicht ited und italien dass du select ihr Can he? Du musst den Alter! Fuck! Hallo! Hör auf! Hör auf, Kenny! Hör auf! Hör auf! Geh zu deinem Sohn, Mann! Hör auf! I'm sorry! Halt an! Hör auf! Ken, I think it's time. Der Mann wurde verletzt, insofern du das nicht herausfühst. Was hast du? Ich... Ich... Katja. Es ist Zeit... Das ist nicht möglich. Was werden wir tun? Wir können ihn nicht zu werden, um diese Dinge zu werden. Was? Was wenn... was wenn er nicht... Kenny... Ich liebe dich sehr viel. Ich liebe unseren Sonn mehr als Leben selbst. Ich brauche Sie, um mich zu hören. Was Sie sagen... ... dass er nicht schuldig ist... Aber... Nein. Nein. Es gibt... Komm schon, Katja. Wenn du einen denkst, lass mich wissen. Es gibt keine Art Schmerz? Oder etwas, was wir ihm einfach geben können? Stop es. Es ist einfach zu schlafen. Right, Frau? Ich meine... Jesus! Das ist unser Sonn! Ich weiß! Aber wir wissen, dass es hier... oder nichts ist. Fuck! Also... Wer, dann? Du willst mich auch? Du musst nicht. Ich mach es. Nein. Du musst nicht. Du musst. Ich kann. Ich kann das tun. Ich kann das tun. Ich kann das tun. Nein. Es sollte sein Eltern sein. Kein Eltern muss das tun. Nein. 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 Ich weiß nicht, dass du... du hast das Familie einen primal Service gemacht hast. Sie wollen wir schtieren in der Küche ... ... so Clementine nicht mehr sehen? Ja. Give uns ein Moment. Wir sagen gleich. Of course. Was ist passiert? 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 Oh mein Gott! Sie konnte nicht ohne ihren Sohn leben. Was ist passiert? Was ist passiert? Oh Gott, ich will das nicht! Ich will das nicht machen. Es tut mir so leid. Ich kann das nicht. Oh Gott, Leute, ich kann das nicht! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh Gott! 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 Oh Gott!